Hallo! Also ist... klingt aber sehr verreussempfindlich, habe ich ja gedacht. Das bedeutet, mit die Dinger muss ich im Irritree an eine Ecke locken und von da auf versuchen auf seine Brücke zu gehen. Was wäre die ersten Grund tatsächlich nicht? Ah, es löten! Au! Uff, au, 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 da habe ich nicht aufgepasst. Äh... Häh! Ach, das geht doch mal! Anyway... Wir schauen uns die Giga-Watt. Das war. Oder können wir das jetzt. Ich habe eine Säule da umgewandert, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Na, ich muss auch manchmal lernen zu rücken. Ich trage es weg, komme ich bei den Makadan auf. Ach komm, da war er doch, danke. Nee, nee, halt, 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 halt. Halten, halten, schaste, schaste. Halten, 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 halten. Ich bin jetzt auf dem Rücken. Ich sehe da am Hinterschenkel. So, das ist der letzte am Bau, wenn ich jetzt hier richtig es gesehen hatte gerade. So, das findet aber unser Schweine nicht so schön, dass ich ihn versuche hier zu besiegen. Okay, versaut es, versaut es, versaut es, versaut es. Ich hatte es gerade gesehen, da unterm Baum. Ich bin jetzt über die Schulter hinunter. 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 Oh, da kommen dann an die Steine. Oh, ich bin hier am Lichte. Ich bin jetzt über die Schulter hinunter. Ich bin jetzt bei den Schulter. Ich schaffe das von hier aus. Ich könnte vielleicht an seinen Arsch greifen. Nein. Definitiv nicht. Ich möchte mich nicht in den Körper überlegen. Ich möchte mich einfach nicht in die Kirche von therein. Nein. Das war... Geht helemaal auf Hexelof. Bitte. Du siehst nur... Du siehst nur unvermeidbar in die Länge mehr nicht. Komm, komm, komm. Das hast du doch gehört. Muss ich... Äh, mein Fahrt wird immer lang machen. Du siehst nur... Du siehst nur... Du siehst nur... Du siehst nur... Nennennennennennennennennennenn- Stronger An seine Brut gekommen ist... Schon... Schwierbar. Nein, 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 nein. Ich bin nicht, ich bin nicht Platz. Ich, äh, ja, wie soll ich sein, etwa, äh, also er scheut sich von Licht. Aber der steht ja tatsächlich, was ist das denn? Aber der Haken hat auch den Kling von ihnen, nicht so wie bei der Wombard eigentlich bestimmte Dinge, die dabei waren. Ja, ich weiß nicht, ob ich das auch stehen könnte. Ja, ich weiß nicht, ob ich das auch stehen könnte. Äh, der Weg komm ich bei dir an den Jamul heran. Ja, ich weiß nicht, ob ich das auch stehen kann. Und, wieso jetzt nicht? Oh, oh, ich hab schon eine Ahnung. Ich hab schon eine Dürre waren dafür, dass ich eigentlich draufgeleitet bin. Au, au, hu, hu, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wie? Hä? Hä? Versteh ich nicht. Hab ich das Infantar von Kardevo noch dabei? Ja. Schön. Hä? Ja. Das war's. Okay, dog, kind of it. Oh, man, das war ein Viennese. Oh, meh. Nee! Oh, jetzt darf der Pfosten zu schrug, wa? Nee, doch nicht! Oh, jetzt darf ich nicht! Oh, jetzt darf ich nicht! komm her schweine 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 nein nicht dahin zu mir so nein 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 Nein, nein, nein. Ah, Mist. Ey. Okay, wir haben schon mal eins. Au, Steuerung. Einmal, bitte. Jetzt bringe ich doch nichts mehr. Ich brauche noch einen Ausdauer. Nee, das bringt nichts Steuerung. Warum? Ich sag dir, spring zurück. Was tust du? Nicht. Nein, nicht zur Seite. So. Nee, lass das. Bringt nichts. Jetzt bitte. Du weißt, du kannst gelassen. Du weißt, du hast da Fall. Manchmal, ich bin einfach manchmal richtig so enttäuscht hier in die... Du weißt, du weißt, du Ahhhhhhhhhh Fight Ach, man.